One Piece befindet sich in einem sehr fortgeschrittenen Stadium. Das Ende ist jetzt nicht wirklich nahe, es ist trotzdem absehbar geworden. Weil wir aber so eine gewisse Grundstruktur besitzen, kann man sich so ungefähr erschließen, was von den nächsten Arks realistisch ist und auch was wahrscheinlich als nächstes kommt. Also Freunde, wir tauchen jetzt ein. Ihr könnt jetzt schon mal gerne eure Tipps dazu in den Kommentaren abgeben. Ansonsten, damit ihr auch nichts mehr verpasst, vergesst nicht ein Ab und Like dazu lassen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Watch. Vielen sollte es ja ein Begriff sein, aber die Arks nach dem Timeskip spiegeln die Arks vor dem Timeskip wieder. Der Fischmenschen-Ark zum Beispiel ist eine direkte Weiterführung und auch Parallele zum Arlong Park. Ab da geht es halt immer weiter. Man hat die Parallele, drum Punk Hesad, Alabaster, Dressrosa und das alles zieht sich bis auf den aktuellen Stand. Jetzt befinden wir uns ja auf Egghead und das Geschehen, was dort passiert, kann man sehr stark mit Sabaody vergleichen. Wir haben wieder einen etwas stärkeren Fokus auf die Pazifister und die neuen Errungenschaften der Wissenschaft. Kizaru, Sentomaru und Kuma sind alle mit am Start und die Strohhüte befinden sich wieder mal in einem sehr starken Bedrängnis. Gegner werden auch nicht besiegt. Es ist also eine Flucht angesagt. Und auch wenn es bis jetzt keine Total-Katastrophe gab, kann sie immer noch passieren. Egghead geht aber bald vorbei und die nächsten Arks sind nur noch zu dritt auf der Liste übrig. Nach Sabaody hätten wir noch Amazon Lily, Impel Down und die große Gipfelschlacht auf Marineford. Bei Amazon Lily ist es zum Beispiel auch schon mal ganz klar. Es ist ja sowieso schon mal der Plan, nach Elbern aufzubrechen. Beide Inseln beherbergen sehr starke Kriegerrassen. Und sie besitzen beide jeweils eine Piratenbande, die so ziemlich der Stolz der Insel ist. Das Ding dahinter ist aber eben nur, man kann sich nicht so richtig zusammenreimen, in welche Richtung das auch storytechnisch vielleicht geht. Das typische von Pieces Team ist ja eigentlich, man kommt auf eine Insel, man besiegt einen Gegner, dadurch befreit man die Bewohner und verlässt danach die Insel. Dieses Schema greift aber nicht immer und ist auch keine 100% Garantie. Wir sehen es ja auch auf Egghead, dort funktioniert das zum Beispiel gar nicht, auf Sabaody damals hat es auch nicht funktioniert. Und auch die Folgeargs davon, Amazon Lily, Impel Down und Marineford, waren ja auch allesamt nicht dazu da, einen sehr großen Gegner zu besiegen. Und jetzt wirklich ein Volk vor seiner Tyrannei zu befreien. Es gab Konflikte, ganz klar. Es wurden auch Personen befreit. Es ist aber auch nicht das Klassische, was sie auch zum Beispiel auf Wano gesehen haben. Jetzt aber erstmal auf Elban fokussiert. Wir kennen zum Beispiel einen Charakter, der vielleicht etwas relevanter wird und vielleicht sogar in die Fußstapfen von Boa Hancock tritt. Zwar ein starker Verbündeter, der es aber am Anfang nicht war. Loki, der Riesenprinz, vielleicht auch mittlerweile König, muss aber nicht sein, ist im Grunde ein Charakter, der für Big Mom eine sehr starke Relevanz hat. Sie wollte die Beziehung mit den Riesen wieder etwas ausbauen, ihre Tochter Lola mit ihm verheiraten, das alles ging aber etwas in die Hose. Lola war nicht interessiert, Big Mom war sauer und das Riesenbündnis damit geplatzt. Ich würde jetzt aber normalerweise nicht davon ausgehen, dass Loki deswegen ein böser Typ ist oder so. Aber das Ding ist halt, sein Name fällt schon sehr stark auf. Der mythologisch richtige Loki ist jetzt nicht per se ein sehr böser Charakter oder so. Man kann aber schon sagen, dass er jetzt nicht wirklich durchgehend so der Netteste war. Mythologisch gesehen hat er auch teilweise ein paar sehr fragwürdige Sachen gemacht. Der Punkt bei der ganzen Sache ist halt eben, es kann ziemlich gut möglich sein, dass er den Strohhüten das Leben etwas schwer macht. In welche konkrete Richtung das vielleicht auch geht, kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen. Ansonsten hätte ich jetzt auch nur ein paar Wünsche an den Elbaner. Wie zum Beispiel auch, dass die Strohhüte, insbesondere Lissop, einfach mal ein bisschen stärker werden. Dabei geht es mir halt eben wirklich nicht um Ruffy, Zoro oder Sanji, sondern wirklich um die Schwächeren. Gerade Lissop, der irgendwann mal auch zukünftig einen Gegner wie Van Oga abbekommen wird und der auch immer von Elban geschwärmt hat, sollte dort weil wenigstens einen Zahn zulegen. Ich weiß, Observationshaki ist wichtig, beherrscht er auch. Aber Rüstungshaki ist auch sehr wichtig für einen Sniper. Er braucht unbedingt und zu 100% Durchschlagskraft, besonders wenn sein Gegner selber Rüstungshaki beherrscht. Aber abgesehen von dem ganzen Powerscaling ist auch ein Wiedersehen mit Zoro natürlich ganz wichtig. Und ich hoffe inständig, weil das ja auch in der Kultur von Elban auch irgendwie mit drin ist, dass wir mehr Informationen über Nika und vielleicht auch über Joy Boy bekommen. So eine Man-Markt bei Flames und letztes Role-Pudel-Wiff-Thematik könnte auch gleichzeitig in diesem Arc eine Rolle spielen. Aber wer weiß, vielleicht kommt das auch nochmal etwas später vor. Jedenfalls weiter im Schritt. Nach Amazon Lily wäre der nächste Arc Impel Down und das irgendwie zu replizieren nach dem Timeskip wäre schon echt schwierig. Ich kann mir insgesamt kein Setting vorstellen, was dort irgendwie ansatzweise auch nur mit reinpasst. Die Strohhüte würden jetzt nicht ganz random dort irgendwie hinsegeln und versuchen zum Beispiel Bunchan zu befreien. Sie wissen zum Beispiel nicht mal, ob er am Leben ist. Ich meine, ich bin zwar trotzdem der Verfechter, dass ein Impel Down-Ausbruch stattfinden wird und auf die eine oder andere Art und Weise auch geschieht. Was aber trotzdem für die Strohhüte Inhalt des Arc sein könnte, wäre für mich jetzt nicht wirklich ersichtlich. Was vom Ding ja vielleicht so ein wenig reinpasst, wäre der große Blackbeard Arc. Das Befreien von Garb und die so ziemliche Sicherung der Vorherrschaft um den Titel des Piratenkönigs. Ich würde jetzt aber sagen, dass das alles thematisch schon sehr stark in eine andere Richtung geht. Also am alleresten, so wie es für uns dargestellt wird, sehe ich bei Beehive eine sehr starke Marineford Parallele. So wie ich das nämlich sehe, ist das einfach Marineford mit vertauschten Rollen und für Corby endlich dieses Erlebnis, was Ruffy vor dem Zwei-Jahres-Timeskip bekommen hat. Aber ja, insgesamt ist das einfach nur ein Bauchgefühl. Ich sehe es einfach noch nicht kommen, dass Beehive diese große Impel Down-Parallele wird. Weil wir uns aber dieses ganze Impel Down-Zeug nicht so einfach erschließen können, sehe ich bei zwei Arcs das Potenzial, dass sie trotzdem vielleicht nochmal thematisch vorkommen. Als erstes hätte ich die Insel Lodestar, die letzte Insel der Grand Line und die Insel, wo man normalerweise die Informationen herbekommt, dass es auch überhaupt die Roll-Pornoglyphe gibt. Das Ding dahinter ist aber auch, um diese Informationen zu bekommen, muss man ja selber nicht mal ein Pornoglyph-Leser sein. Man muss die Sprache einfach nicht verstehen und trotzdem kommt man an diese Informationen ran. Es wäre vielleicht also gar nicht mal so uninteressant zu verstehen, was überhaupt auf dieser Insel abgeht und warum die Weltregierung auch augenscheinlich nix dagegen unternommen hat. Abgesehen von Roger hat augenscheinlich jeder so eine Art Abkürzung genommen. So wie es für uns dargestellt wurde, war dort keiner mehr. Jeder hat die Informationen auf eine andere Art und Weise bekommen und damit leben sie jetzt halt. Es ist auch an sich gar nicht mal die Frage, ob die Insel thematisch relevant wird, sondern viel eher, ob das für einen ganzen Ark reicht. Ist auf jeden Fall schwierig, weil wir so wenig darüber wissen. Ich würde aber trotzdem darauf tippen, dass dort wahrscheinlich das eine oder andere Antike Verborgene ist, was wir noch nicht gesehen haben. Alternativ dazu sehe ich aber auch, dass der Mond vielleicht etwas Relevanz bekommt. Okay, ich kann mir das jetzt alles nicht so 100% vorstellen, wie die Strohhüte das hinbekommen sollen. Ich meine, Enel hat das geschafft. Auch ein paar kleine Roboter mit Luftballons. Warum sollte es also für die Strohhüte nur ansatzweise unmöglich sein? Ich weiß, keiner mag den Gedanken von Space Piece. Das würde es aber auch nicht sein. Trotzdem ist der Mond um einiges wichtiger, als man denkt. Gerade auch mit den ganzen Reveals von Vegapunk. Merkt man ja, wie stark die Connection zum Mond ja auch eigentlich ist. Und diese Überbleibsel, Informationen und Hieroglyphen, die sich dort befinden, könnten ja sonst auf keine andere Art und Weise an uns überliefert werden. Ich verstehe schon, es ist schon eine sehr schwierige Thematik, das irgendwie realistisch umzusetzen. Ich würde aber trotzdem sagen, es ist im Rahmen des Möglichen. Gerade auch in Hinsicht darauf, dass Sue meiner Meinung nach nicht so wirklich eine Skypiea-Parallele war. Ich meine klar, es waren beides Orte, die irgendwie weiter oben waren. Aber vielmehr war das so eine Art Water 7 für Whole Cake Island. Also Freunde, wer weiß, vielleicht wurde ja Skypiea bewusst ausgelassen, damit es später in Form des Mondes irgendwann mal vorkommt. Damit hätten wir aber auch die so ziemlich regulären Arcs durch. Meiner Meinung nach würde Oda aber auch noch den Rahmen sprengen. Denn sowas wie Laugh Tale und Mary Joa, der Angriff auf Imu, fehlt ja auch komplett in der Geschichte und muss auch logischerweise am Ende noch passieren. So wie es die Geschichte zum Beispiel aufgebaut hat, müssen die Strohhüter auch zuerst auf Laugh Tale und dann den finalen Gegner besiegen. Das von Peace ist anscheinend irgendwas, was man benutzen kann. Dort erfährt man auch sehr wichtige Informationen und erst dann, und erst dann kann man den Gegner richtig bezwingen. Ich finde auch besonders bei Laugh Tale, merkt man ja auch, das kann man nicht irgendeinem Akt zuordnen. Es ist nicht Impelda und nicht Amazon Lily und auch besonders nicht der finale Krieg. Es muss einfach für sich alleine stehen. Und deswegen würde ich auch sagen, ähnlich wie Laugh Tale für sich alleine stehen muss. So kann auch der letzte Krieg, die letzte Schlacht, das letzte Gefecht in One Piece nicht nach Strich und Faden laufen und so ungefähr stattfinden, wie wir es uns auch gerade vorstellen. Sowas wie Marineford kann dort einfach thematisch nicht wiederholt werden. Dort geht es thematisch um ganz andere Sachen. Es ist auch so ziemlich der Endkampf von One Piece und auch, wenn Ruffy sehr viele Verbündete haben wird, geht das thematisch in eine ganz andere Richtung. Es geht hierbei um das Schicksal der Welt, nicht mehr um irgendwelche Konzepte. Wer gut, wer böse ist oder wer im Recht und wer in Unrecht ist. Ruffy muss dort auch seinen Gegner besiegen. Er darf dort keine Niederlage einstecken. Insgesamt ist es einfach so dieses Ereignis, was die Geschichte von One Piece beenden wird und damit ein neues Zeitalter einläutet. Ich meine klar, danach wird es wohl ein paar Epilogkapitel geben, wie es der Welt geht, wie es den Schröten geht und auch wie es gerade besonders Ruffy geht. Aber insgesamt würde ich sagen, das macht so die Geschichte rund und damit wäre One Piece auch vorbei. Aber Freunde, so wie es jedes Mal der Fall ist, war das auch nur meine Meinung zu diesem Thema. Jetzt seid ihr dran und ich bin gespannt, wie euer Take zu den nächsten Arcs von One Piece aussieht. Was muss noch auf jeden Fall passieren? Was darf auf keinen Fall ausgelassen werden? Und habe ich vielleicht eurer Meinung nach irgendwas noch vergessen? Schreibt mir gerne alles dazu unten in die Kommentare mit rein. Ansonsten war es das vom Video. Wenn euch so ein One Piece Content gefällt, vergesst sich ein Abo da zu lassen. Auch über euer Like freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal, wünsche euch eine sehr schöne Zeit. Ciao!